hallo wir machen eine weitere runde spiel mit deinen freunden als werden sie essen nein okay ganz so heißt es nicht aber so ähnlich es sind leider noch nicht alle dabei ich wollte zumindest schon mal eine kleine ansage machen ich muss dazu sagen ich bin jetzt in der ersten runde der killer das wird sowas von in die hose gehen das weiß ich jetzt schon weil ich mit der krankenschwester spiele also mit der nurse und noch nie mit der gespielt habe ich habe die noch nicht mal angetestet nichts ich weiß noch nicht mal auf welcher taste ich überhaupt teleportieren kann das wird jetzt richtig lustig werden gut ich habe schon bereits gesagt welches welchen killer ich spielen werde ich habe auch schon meine worte gehört dass man mich wahrscheinlich die becken wird wahrscheinlich wird hier gleich ein gen rush kommen ich meine das ist ja irgendwo normal auch bei kill your friends aber ja ich bin trotzdem gespannt ich denke mal spaß wird es auf jeden fall machen wenn denn der letzte im bunde noch das update endlich mal durch kommt durch bekommt ja weil das problem war er war eben online und ist offline gegangen und das war der fehler danach kam plötzlich update wir brauchen noch ein paar stunden bis du wieder online kommst ja aber ich will mich nicht beklagen es gab ja einige bug fixe das jetzt mit dem heutigen update zum ende juli und ich würde sagen wir warten jetzt erstmal bis das team komplett ist und dann dürft ihr euch dabei kaputt lachen oder mich bemitleiden dass ich keinen survivor finde ich weiß es nicht wie gesagt ich habe die nurse noch nie gespielt also wirklich auch noch nicht mal angetestet oder sonst irgendetwas ich habe die nur angezogen weil ich das kostüm so geil fand und die andere nurse halt ebenso hässlich fand im original und da kommt der ganze channel zu mir rüber hilfe so leider gab es jetzt technische schwierigkeiten jetzt kann ich nicht mehr bereit drücken ja der vierte im bunde kommt leider noch nicht rein er muss steam reparieren lassen also das update macht doch mehr kaputt als dass es fix habe ich so im moment den eindruck deswegen haben wir gesagt wir spielen jetzt erst mal ich wusste dass man das ist einer das ding da drin hat deswegen aber gesagt wir spielen jetzt erst mal zu viert beziehungsweise sie zu dritt und ich alleine gegen alle ich weiß noch nicht mal wie ich teleportieren kann oder sonst was aber aber klein gameplayerin ist ja nicht ganz doof ich hab mir zum testen beim ersten mal habe ich mir mal das mitgenommen dass ich sehen kann wohin ich teleportiere ich weiß nicht ob mir das irgendetwas bringt keine ahnung aber ich nutze es trotzdem mal so das ist mein wundervoller geil aussehen der killer ich stehe auch direkt hier oben aber ich sehe hier irgendwie gar keinen gar keinen das finde ich doof und meine teleportation ist m2 ja warum bin ich nach dem ersten mal schon gestanden das ist nicht gut ich sehe nichts ich höre nichts das ist gar nicht gut wir machen gleich ein genrush ohne ende hier war auch keiner ich glaube hier ging zu feuer die ist wirklich so lahmarschig als ich glaube meine lieblingskillerin wird es nicht werden bin ich ganz ehrlich wieso kann ich immer nur einmal ok also die verstecken sich jetzt gerade noch alle weil die wissen wollen wo ich hin will da hinten habe ich jemand gesehen wieso kann ich nicht teleportieren scheiße das war der floh das habe ich genau gesehen ah man ich kann mich nicht bewegen ha 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 wenigstens einen treffer habe ich mal gelandet oh gott diese nurse ist so scheiße ich glaube also mein hauptklar wird es nicht denke ich mal beziehungsweise weiß ich so erstmal gegen den jenny treten in der zeit werden sie es wahrscheinlich drei andere direkt machen da hinten ist jemand der hat jetzt wahrscheinlich extra lärm gemacht das war bestimmt die anna wieso kann ich nur einmal teleportieren ich denke man kann immer zweimal aber ich kann mich nicht bewegen ich bleibe überall hängen zu einer scheiße okay okay so sieht also ein killer aus der überhaupt nichts mehr sieht weil er gestunt wird das ist ja richtig geil okay äh ich habe auf jeden fall gesehen dass es der nas war mehr habe ich jetzt nicht gesehen weil ich irgendwie immer nur zu Boden gucke keine ahnung scheiße eieiei okay ah da war noch eine wand dazwischen das ist so blöd mit der zu spielen bin ich ganz ehrlich die werden sich gerade kaputt lachen auf dem anderen channel das weiß ich scheiße schade dass ich das jetzt nicht aufgenommen habe das war die falsche taste da ist einer gelaufen ich wollte aber hier beschädigen man macht doch endlich mal hallo ach den schaden man so schwer kann das doch nicht sein boah ist das ätzend also wenn man so oft gestunt wird ganz ehrlich äh das geht ja gar nicht so gut wieder ich lauf jetzt hinter dir her das ist mir jetzt egal ich sehe überhaupt nichts also man wird direkt gestunt ja ist natürlich zu einer ne boah das war ganz knapp das war ganz knapp Schatz gib zu ich kann mich nicht durch teleportieren was ist das denn okay also die ist echt mega schwer zu spielen dadurch dass sie ständig gedingst wird hier bei jedem Schlag was ich komischerweise nicht habe wenn ich gegen die spiele also die können dann einfach mal fleißig weitermachen ich gucke zwar immer so schön nach oben um weiter zu teleportieren ich weiß gar nicht wo der jetzt ist ach der ist schon durch ähhhhh Leute sagt mir das doch ich will wenigstens mal einen aufhängen ihr seid doch meine Freunde lasst euch doch mal aufhängen Anna ich hab dich gesehen scheiße ah oh ich hab einen Fuhr erwischt den wollte ich gar nicht erwischen ich wollte die Anna erwischen ach mach doch mal Schaden man jetzt habe ich völlig die Orientierung verloren ich weiß nämlich nicht in welche Richtung sie jetzt gelaufen sind ich sehe doch hier sehe ich Kratzspuren ah oh das war nicht die Teleportation Anna macht sich grad über mich lustig das spüre ich bis hier das spüre ich bis hier und sie ist mir extra in die Arme gelaufen das habe ich auch gespürt Anna du bist blöd ehrlich so ihr seid alle so gemein zu mir ich hab die Nurse noch genutzt aber es ist trotzdem irgendwie lustig vor allem ist es lustig mich selber beim Versagen zu sehen irgendwie ist es auch eher traurig der Fuhrte im Bunde ist online sehr schön das wird hier eine schnelle Runde das weiß ich auch so ja genau ich hab vergessen dass ich wieder direkt gestunt bin sobald ich einmal Teleportiert hab nicht lauf lauf du blöde Krankenschwester lauf ich hab ihn grad noch gesehen ah das war nicht gut aber ich fahr hinter ihm her ich kann nur überhaupt nicht sehen das ist das Problem Ich weiß nicht mal, wo die Ausgangstore waren. Wo waren sie? Mist, war da nicht auch eine direkt bei mir? Also irgendwas stimmt, glaube ich, hier bei dem Stun nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ja, okay. Jetzt rennen sie alle hinten raus. Wahrscheinlich die Becken sind... Ach, nee. Nee, Nils ist gar nicht dabei. Ich glaube, die T-Deck werde ich heute nicht mehr. Aber vielleicht... Ich sehe ja, wo die hinwollen. Okay, okay. Der war jetzt gut, oder? Gib's zu! Oh, der war jetzt schlecht. Okay. Aber der am Ende. Der war nochmal richtig gut. Nein! Ich hab daneben gehauen. So eine Scheiße. Okay. Okay, ich kann sie nicht schlagen. Oh Mann. Oh Mann, da hinten läuft sie. Ich lass den Kopf hängen. Also irgendwie... Irgendwie ist dieser Killer so überhaupt nicht meins. Ich werde mir jetzt mal anhören, was die drei zu sagen haben. Ich hoffe, sie sind gnädig mit mir. Ich gehe mal ganz kurz in die Runde so lange. Hey, welcher Arsch schreibt ihr die ganze Zeit, ihr Z? Hey, ähm, so bestimmt wie Ruth. Wann, ne, ich alles böse zu dir. Und ich schrei euch gerade an. Warum bin ich gemutet? Ich hab's endmutet gerade. Ich bin gar nicht so böse gewesen. Das musste jetzt am Ende einfach sein. Nur weil wegen Arschlängung. Aber, aber, ich hab wahnsinnig gut, als ihr euch geheilt habt, hab ich mich wahnsinnig gut hin teleportiert. Ich weiß nicht, wen ich geschlagen hab, aber derjenige hat gelegen. Und einmal hab ich aus Versehen, äh, den Flo erwischt. Da wollte ich eigentlich auf die Anna. Und ich denk so, scheiße, warum ist der Flo jetzt vor mir? Ja, um sich zu beschützen. Ich hab mich helfend hingewiesen. Ich kann nicht, aber du bist nicht da. Du musst dich aktiv stellen. So geht eine glorreiche Loser-Runde zu Ende. Aber keine Sorge, Nils, du hast nichts verpasst. Ich hab alles aufgenommen. Und, ähm, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich's hochladen werde. Aber, aber... Und ich hab doch gesagt, Schatz, ich hab dich gesehen. Scheiße, das war daneben. Und so. Aber, aber eins, so, von, von totalen Neuling zu Nurse-Experte. Also ich mein jetzt den Nils. Ähm, ich bin nach jeden, nach jeden Teleportationen bin ich gestunt gewesen. Warum? Ja, das ist die Nurse. Ja, aber ich denk, du kannst zweimal. Ja, zweimal, du, ja. Du musst aber sofort weitermachen. Was hast du drin? Ich, ja, teilweise hab ich versucht. Ich hab, dass du noch einen hast. Ähm, ich hab verfügt über zwei zusätzliche Mehrfach-Teleportationen. Ja, dann wüsstest du vier Stück haben. Ja. Ja, aber es hat nicht gesagt, ich bin nach... Du musst halt weiter halten dann. Ja gut, das hab ich nicht. Ich hab ja erstmal mein Ziel ausgesucht und wollte dann halt weiter. Und zweimal bin ich irgendwo gegen gerannt, weil ich irgendwie jemanden schlagen wollte und ich bin in die falsche Richtung anscheinend, äh, hab ich mich gedreht und das war dann nicht so günstig. Möchtest du nicht lieber mit dem Schwein spielen? Nein. Ich wollte eigentlich so ein paar letzte Worte noch sagen, weil ich genau wusste, dass die Anna sich vor mich geworfen hat, damit ich zumindest so mal einen Schlag abbekomme auf dem Schrottplatz. Das hab ich, das hab ich auch in den Kommentaren eben gesagt. Du wirst es hören, wenn ich das hochlade. Du bist so oft an mir vorbeigelaufen, ich hab Kreisloh um dich treten, du hast mich nicht gesehen. Das war schon ganz schlimm. Nee, ich hab dich wirklich nicht... Aber ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Killer ist absolut nicht meins. Also, kann sein, wenn du dich dran gewöhnt hast, okay, aber... Also jetzt das allererste Mal, den überhaupt zu spielen, das ist abartig, ehrlich. Ähm, ja. Ähm, ja.